So und da sind wir wieder und heute habe ich mal gerade ein kleines Kanal-Update zum machen, wie es da weitergehen wird, also da ins nächste Jahr mit hinein. Es wird die eine oder andere Neuerung geben. Die erste ist schon mal direkt vor. Künftig wird kein weißer oder schwarzer, einfarbiger Hintergrund mehr existieren. Ich habe mir da so eine nette Matten machen lassen, ganz einfach, damit der Hintergrund ein bisschen mehr Farbe reinkriegt und ich denke, mit dem Logo ist die ganze Angelegenheit schon relativ gut gewählt. Stichwort Conventions im nächsten Jahr. Wie gesagt, das ist eigentlich der Punkt, der am stärksten wachsen soll auf dem Kanal. Es hat sich in dem Jahr, es ist ganz einfach so gewesen, es hat sich gerade eine gespielt 2018. Fürs nächste Jahr kann ich schon ein bisschen besser voraus planen. Da hätten wir mal bis jetzt soweit mal drei, die bei mir auf dem Plan stehen würden. Und zwar fangen wir an Mitte April. Da haben wir die ACC, also die Austrian Comic Con in Wales, wo ich sein werde. Voraussichtlich. Dann haben wir schon zwei Monate später, Mitte Juni, die Loricon. Die wäre ich eigentlich schon im Jahr 2018 gegangen, wenn ich ein bisschen früher was davon gewusst hätte, dass wir sowas überhaupt haben. Ich meine, die Convention, die findet mehr oder weniger bei mir ums Eck statt. Das heißt, es war absoluter Blödsinn, wenn ich die Gelegenheit nicht wahrnehmen würde. Also wird das auch passieren. Wie gesagt, Mitte Juni. Und nachher haben wir noch August, September. Da steht aber der Termin noch nicht fest. Ist natürlich wieder die AnyNight im Jahr 2019. Was nachher eigentlich sozusagen der Höhepunkt bzw. der Abschluss sein könnte. Wie gesagt, die drei werde ich im nächsten Jahr mal sicher ansteuern und dann werden wir sehen, was dabei rauskommen wird. Weiters werde ich den, also fast den kompletten Yu-Gi-Oh! Part vom Kanal mehr oder weniger ausschließen. Was ganz simpel den Grund hat, dass ich aufgrund von Platzmangel, der sich bei mir einstellt, wenn man mal gewisse Mengen an Gegenständen besitzt. Wie gesagt, da wird sich nachher eben auch mein Kaufverhalten ändern. Deswegen wird es zum größten Teil keine Openings mehr geben. Es wird hin und wieder vielleicht noch mal ein themenverwandtes Video auftauchen. Aber zum Großteil werde ich den Teil ausnehmen. Ich denke mal, das ist jetzt auch nicht sonderlich schlimm. Und werde es durch etwas anderes ersetzen, was sich ein bisschen besser eignet als auch für meinen Kanal und wo es vielleicht ein bisschen ein paar mehr Interessenten gibt. Da werde ich nachher schauen, dass ich das erste Video relativ zügig machen und hochladen werde. Und dann hoffe ich ganz einfach einmal, dass das ein bisschen besser ankommt. Das war es jetzt einmal soweit von mir. Das waren jetzt die kleinen Updates bzw. Änderungen und Neuerungen gewesen. Und wenn das alles passt, dann sehen wir uns beim nächsten Mal dann wieder.